Jo moin, was geht? Dieses Skript ist mittlerweile schon über ein Jahr alt. Es entstammt einer Zeit, in der ich zu viele Dokus gesehen und mich total auf die dort enthaltenen Informationen versteift habe. Ich kann nicht sagen, wie ich heute zu dem Thema stehe, da ich mich auch schon seit über einem Jahr nicht mehr damit beschäftigt habe. Aber ich wollte euch meine Gedankengänge von damals nicht vorenthalten und da mache ich jetzt einfach dieses Video. Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. So. Ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit der Vergangenheit, also vielmehr mit dem, was sehr weit vor unserer Zeit liegt, mit dem, was vor tausenden von Jahren war. Ich habe dadurch immer mehr Interesse bekommen an Fragen, wer oder was ist der Mensch eigentlich und woher kommt er? Sind wir wirklich die einzigen intelligenten Lebewesen im All? Sind wir die einzigen, die so ein Bewusstsein entwickeln konnten? Woher kommt dieses Bewusstsein? Wurden wir erschaffen und ja, von wem? Gibt es ein oder mehrere Götter? Und so weiter und so fort. Da gibt es tatsächlich etliche Fragen, die einfach unerklärt bleiben. Fakt ist, dass wir weniger wissen, als wir glauben. Dass wir keinerlei Vorstellungskraft haben für das, was war. Die Menschen haben Religion entwickelt und uns Gott als Wesen vorgestellt, das irgendwo da oben im Himmel sitzt und über uns wacht. Das entscheidet, ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen, wenn wir seine Regeln und Gebote be- oder missachten. Letztendlich sind dies alles Gebilde von Menschen für Menschen und die nur der Kontrolle. Religionen sind Konstrukte der Kirche und das hat mit Glauben nicht mehr viel zu tun. Es gibt so viele Fragen und Dinge, die sich Menschen nicht erklären können und dann liegt ihnen Gott als Antwort nahe. Sie tun nahezu alles für diesen Gott. Sie leben in Keuschheit, sie bestrafen sich, sie spenden Unmengen Geld. Sie haben in der Vergangenheit und auch heute viele Kriege durch ihren Gott legitimiert. Früher die Kreuzzüge der Christen, Judenverfolgung, seit dem Römischen Reich und heute islamistischer Terror. Und wofür? Alles nur für die Gier nach Macht und Geld. Die Götter, von denen ich spreche, sind jedoch nicht für das alles verantwortlich und das Verständnis dafür müsst ihr jetzt erstmal bekommen. Und auch ich bin davon noch weit entfernt, da ich auf dem Themengebiet auch noch sehr unerfahren bin. Ich nehme mir sehr viele Informationen auf, die ich in dem ersten Moment gar nicht richtig verarbeiten kann. Ich recherchiere, gucke mir noch weitere Funde und Fakten an und versuche damit mein eigenes Bild irgendwie zu kreieren. Ich bin ja nun auch nicht so naiv und glaube alles, was ich sehe. Jedoch klingt es für mich einfach viel plausibler als das, was man uns in Geschichtsbüchern versucht beizubringen. Nehmen wir als Beispiel doch mal die Pyramiden von Gizeh. Wir haben darüber doch sicher alle im Geschichtsunterricht mal gesprochen. Dass die Gitter mit kleinen Steinen da so lange rumgekloppt haben, damit die Steine in Form gebracht werden konnten. Dann hätten sie mit Holzfällen tonnenschwere Steine über den weichen, teilweise schlammigen Nilboden gezogen und zu einer Pyramide aufgetürmt. Die Chiobs-Pyramide ist in einer atemberaubenden Präzision erbaut worden, wie wir sie bis heute nie wieder erreicht haben. Sie ist perfekt ausgerichtet und zeigt uns die Zahlen Pi und Phi an, die die Menschen erst vor nicht mal 200 Jahren entdeckt haben. Man kann an ihr die Maße der Erde ablesen und ja auch, dass die Erde eine Kugel ist, um die Flacherdler mal zu sticheln. Man kann an ihr genauso die Erdrotationsgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit, mit der sie um die Sonne kreist und die Lichtgeschwindigkeit ablesen. Das sollen alles irgendwelche ägyptischen Sklaven geschaffen haben? Fragt man Ägyptologen, haben sie nur schwammige Erklärungen oder es sind alles Zufälle? Ich glaube schon lange nicht mehr an Zufälle. Ich lasse mich von sowas nicht mehr verarschen. Heutige Wissenschaftler können oder wollen sich nicht eingestehen, dass es vor tausenden von Jahren schon intelligentes Leben auf der Erde gab als heute. Aber ich kann mir auch denken, woran das liegt. Wir haben den Sinn zur Natur verloren und uns zu sehr dem Materialistischen zugewendet. Das Pyramidenplateau in Gizeh und die Things sind also eine riesige Sternuhr. Das astronomische Verständnis der Erbauer war enorm hoch. Allgemein haben sich die damaligen Bewohner der Erde viel mit dem Kosmos beschäftigt. Parallelen dazu finden wir auf dem gesamten Planeten, bei denen Maya, Inka, Mesopotamia, Ägypten, China, auf den Osteren sind und wo nicht noch alles. Ist das alles nur ein gewaltiger Humbug? Sind das alles wirklich nur Zufälle? Das hat doch nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Das sind einfach Fakten. Ob die Erklärung, die man dafür hat und alles stimmen, lässt sich so einfach natürlich nicht beweisen. Doch die Fakten lassen sich auch nicht ignorieren. Doch wie konnten die Menschen damals nun solche Gebäude errichten? Diese und die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, haben mein Interesse an etwas geweckt, wogegen ich mich auch schon lange Zeit gewehrt habe. Nämlich, ob es so etwas wie ein oder mehrere Schöpfer gibt. Götter oder Aliens. Dass das Universum etwas Schöpferisches in sich hat, lässt sich nicht verneinen, wenn man sich den goldenen Schnitt anguckt, den man überall wiederfindet. Nach diesem Code ist die Natur und alles um sie herum erschaffen worden. In kleinen wie in großen Dimensionen. Das ist ja noch etwas, das man durchaus nachvollziehen und verstehen kann. Wie bereits vorhin erwähnt, ist der goldene Schnitt mehrfach in Archäubspyramide verbaut worden. Doch wie? Ich glaube, die Menschen haben sich damals halt viel mehr mit der Natur und dem Kosmos beschäftigt, haben beobachtet und erkannt. Sie haben die Technik in ihren Gebäuden angewandt. Dass die Pyramide auch noch heute, tausende Jahre später, intakt an Ort und Stelle steht, ist der Beweis dafür, dass es funktioniert. Das erklärt jedoch immer noch nicht, wie man damals in der Lage war, etwas so Massives, so präzise zu erbauen, wo unsere heutige Technik eben nicht in der Lage ist. Hatten sie Hilfe? Wenn ja, von wem? Eventuell geben uns ja die Hieroglyphen Aufschluss darüber. Dabei müssen wir nur folgendes beachten. Es gibt zwei verschiedene Arten von Hieroglyphen in Ägypten. Das ursprüngliche und das neuere. Die neueren sind im Tiefrelief gemeißelt. Sie wurden oft über bestehendes Hochrelief gemeißelt. Dazu muss man wohl verstehen, dass die Pyramiden eher nicht von den Ägyptern vor 4000 Jahren erbaut worden sind, sondern schon viel, viel früher. Ich weiß, ich komme hier mit Dingern um die Ecke und habe selbst nicht mal vernünftige Erklärungen dafür. Aber deshalb mache ich ja auch das Video, um darüber zumindest mal gesprochen zu haben. Denn all diese Gedanken lassen mir seit Monaten keine Ruhe mehr. Mich dürstet es nach Wissen und Antworten. Okay, warum sich das dann irgendwie in dem letzten Jahr wieder gegeben hat, weiß ich auch nicht. In den Hieroglyphen in Ägypten, Mesopotamien, Peru und sonst auf der Welt findet man immer wieder Wesen, die absolut nicht menschlich aussehen. Sie haben Flügel, Echsenartige Köpfe und so weiter. Man spricht unter anderem von Anunnaki, von göttlichen Wesen, die den modernen Menschen erschaffen haben sollen. Hinweise auf nicht-irdische Wesen finden wir immer wieder in der Geschichte. Und nun kann man natürlich sagen, dass das alles Schwachsinn ist und es keine Aliens oder ähnliches gibt, aber habt ihr Erklärungen dafür? Ich nämlich nicht. Denn dies liegt allfern ab unserer Vorstellungskraft. Hinweise da finden wir allerdings überall. Selbst in der Bibel. Und die Bibel ist nicht nur ein Märchenbuch, sie ist das wohl erste Geschichtsbuch, das wir auf der Erde haben. Ersetzt man nun Gott oder Jesus durch die Sonne und löst sich von kirchlichen Erklärungen, entdeckt man, dass die Bibel astrotheologischen Ursprungs ist. Sie beschreibt Sternbilder und den Verlauf der Erde im Universum. Es ist wirklich sehr interessant, wenn man das alles erkannt hat, aber da bin ich auch wie gesagt noch sehr weit von entfernt. Grob verstehe ich es, aber nicht im Detail. Will man nun partout nicht an Götter oder Aliens glauben, will ich zumindest noch versuchen, euch eine Erklärung zu geben, wie denn nun die Pyramiden etc. erbaut wurden. Wie war man in der Lage, diese tonnenschweren Granitblöcke so in Form zu bringen und so zu bewegen? Schaut man sich einige der Funde an, die zum Beispiel in Museen ausgestellt werden, so wird dann immer wieder erzählt, dass es sich hierbei um irgendwelche religiösen Art der Fakte handelt. Dass auf den Hieroglyphen nur religiöse Rituale zu erkennen sind etc. Würde man nun aber mal Ingenieure objektiv dazu befragen, würden sie wohl sagen, dass es sich bei den Funden vielmehr um Maschinenbauteile handelt. Die Hieroglyphen zeigen uns, wie diese Maschinen zum Einsatz kamen. Auf diesem Bild könnte doch eine Glühbirne abgebildet sein, oder? Wie ich in meinem Video über mein kleines Utopia bereits erwähnt hatte, wurden wohl in den Pyramiden schon freie Energien eingesetzt. Die Pyramiden waren einfach Kraftwerke. Man hat aus der Erde Energie gewonnen und ähnlich wie bei Teslas Wardenclyffe Tower durch die Luft übertragen. Mit Hilfe von Thronfrequenzen konnten beispielsweise die riesigen Steine in Schwingung gebracht werden, um sie zu bearbeiten und bewegen. Schwachsinn, sagt ihr? Dann kennt ihr noch nicht Coral Castle, den Felsgarten von Edward Leedskellan in Florida. Er hat mit dem Bau beweisen wollen, die Technik der Baumeister der Pyramiden in Peru und Yucatan herausgefunden zu haben. Sein Garten steht auf einer Stufe mit unter anderem Stonehenge oder den Köpfen auf den Osterinseln. Nun ja, was ist nun die Quintessenz dieses recht chaotisch gehaltenen Videos? Dass ich mich allgemein vielmehr mit dem Thema beschäftigen müsste und hoffe, dass ich bei einigen von euch das Interesse an vergangenen Zeiten geweckt habe. Es wäre wünschenswert, wenn die Menschheit das längst verlorene Wissen antiker Kulturen wiedererlangt und es für die Nachwelt festhält. Wir haben die Fakten vor uns und müssen nur noch lernen, so richtig zu deuten. Und damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Überfall. Ja, wie gesagt, das Skript habe ich vor einem Jahr geschrieben. Es klingt ja schon recht interessant irgendwie, aber keine Ahnung, wie ich da heute zu stehe. Also habe ich mich jetzt echt lange nicht mehr mit beschäftigt, aber vielleicht gibt es ja jemanden unter euch, der sich ähnliche Dokus angeguckt hat wie ich und irgendwie auch auf diese Gedanken gestoßen ist. Lass uns doch einfach drüber sprechen.